Der FC Bayern ist angeblich am englischen U19-Nationalspieler Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea interessiert. Das berichtet die Daily Mail am Samstag. Demnach soll der Rekordmeister bereit sein, eine Ablösesumme von gut 14 Millionen Euro für den 18-Jährigen zu zahlen. Angeblich soll auch Borussia Dortmund an Hudson-Odoi interessiert sein. Der Vertrag des Flügelspielers läuft noch bis 2020.